Dass du dich von mir nicht immer lieben lassen wirst. Es war einmal unter südlicher Sonne. Dort reiften die Valencia-Spätapfelsinen bis zu 13 Monate zu einer vollkommenen Frucht heran. Ihr Anteil ist es, der Valensiner sein natürliches Aroma und seinen vollfruchtigen Geschmack schenkt. Und wer ihn jemals probiert hat, der trinkt ihn immer wieder. Dittmeiers Valensina. Der letzte Tag im September zeigte sich so, wie wir es fast den ganzen Monat über gewohnt waren. Wolken und immer wieder Regen. Der Schwan schien auch der Meinung zu sein, dass man diesem Wetter keinen Blick schenken sollte. Nur ganz Unverdrossene konnten sich heute zu einem Spaziergang entschließen. Auf der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes über den britischen Inseln fließt warme, aber feuchte Luft in unser Sendegebiet. Im weiteren Verlauf zieht das Tief zur Ostsee und die Temperaturen sinken wieder. Heute Nacht wird der Himmel über dem Bundesgebiet und den Alpenländern bedeckt sein. Und es kann zum Teil länger anhaltend regnen. Nur im Südosten Österreichs ist es klar und örtliche Nebelfelder bilden sich. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 6 Grad. Morgen herrscht in ganz Deutschland wechselnde, häufig starke Bewölkung und wir müssen uns auf kräftige Schauer einstellen. Die Temperaturen erreichen Werte um 18 Grad. Nachdem sich der Nebel im Südosten Österreichs aufgelöst hat, scheint dort vielfach die Sonne. In den anderen Landesteilen ist es stark bewölkt und vereinzelt werden Regenschauer erwartet. Die Tagestemperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. Die Schweiz liegt vormittags unter einer dichten Wolkendecke und vor allen Dingen in den Alpen wird es zeitweise regnen. Am Nachmittag geht die Bewölkung im Westen zurück und die Sonne kann sich hin und wieder durchsetzen. Die höchsten Werte des Tages liegen um 19 Grad. Neu Visier Ultra zum Einführungspreis. Toll, was? Mann, ist der groß! Ein Thunfisch, der schwamm gestern noch im Mittelmeer. Und was ist das? Kommt auch aus dem Süden. Knusprig gebackene Tintenfischringe mit leckeren Soßen zum Aussuchen. Oh, ich glaube sowas habe ich im Urlaub gegessen. Und wenn es dein Alter noch erlaubt, vielleicht gibt es ein Sebas Kinderteller mit Pommes frites und Ketchup? Damit kann ich ja mal anfangen. Und diesen kleinen Fisch, kriege ich den auch? Nordsee, in Fisch die Nummer 1. Nur das Beste aus der Frucht, jetzt ganz leicht, Granini leicht. Der volle Granini-Geschmack bei nur halb so viel Kalorien. Trink leicht von Granini. Schlechten Atem bekämpfen manche Menschen auf eine etwas exotische Art. Wir empfehlen das neue Odol Motion. Sympathische Frische, soweit der Atemreicht. Odol Motion. Sympathische Frische, soweit der Atemreicht. Das neue Odol Motion. Guten Tag. Hier spricht der automatische Kundenberater Ihrer Bank. Im Zuge der Rationalisierung haben wir auch die Kundenberatung effizienter gestaltet. Bitte geben Sie Ihre Geheimnummer ein. Bitte warten. Bitte warten. Können Sie sich vorstellen, dass wir von der Commerzbank jemals so mit Ihnen reden werden? Wir nicht. Bei uns bleibt Beratung, wie sie sein muss. Menschlich und individuell. Dieser Jägermeister ist für Bernie. Oh Mann! Weil man auch in neuen Welten immer wieder auf alte Probleme tritt. Jägermeister. Weil es immer einen guten Grund gibt. Entdecke das neue Choral Intensiv. Spür die sanfte Fliege. Erliebe die intensive Sauberkeit. Loving you have to show me. Sei wie du bist und zeige deine Farben. Choral Intensiv. Choral Intensiv. So neu, so klein und so ergiebig. Hallo? Na, du murmelt hier. Aufgewacht. Ja, ich lese gerade dein Liebesbrief. Ich hab was mitgenommen. Du schaffst du die Letta. Beeil dich. Letta. Die Halbfettmargarine, die schmeckt. Zwei Drittel aller Formel 1 Piloten fahren privat. Einen Mercedes. Sie werden wissen warum. Ich gehe mit der Zeit. Für mich zählen Fortschritt und Leistung. Für meine Haut habe ich die Pflege der Zukunft entdeckt. Action Liposome von Plenitude. Eine Entdeckung der L'Oreal-Forschung. Die Plenitude-Liposome bringen Aktivstoffe gezielt in geschwächte Zonen der Epidermis und helfen sie wieder aufzubauen. Von innen heraus erneuert lebt meine Haut auf und wirkt sichtbar jünger. Der tägliche Lastungsbeweis gegen die Hautalterung. Plenitude. Action Liposome von L'Oreal. Und jetzt ein wahnsinnsblau, Baron. Etwas zu blau vielleicht. Und das, Liebling? Mh, Träschig. Aber das hat was. Oh, Gustav. Ich gebe mir die Kugel. Die Kugel? Die Kugel. Herr Baum, die Kugel. Rocher, die goldene Kugel von Ferrero. Rocher. Und welches Kleid? Nimm doch alle. Gold allein macht nicht glücklich. Aber Rocher. Schmerzen kommen häufig wie aus heiterem Himmel und können sehr hartnäckig sein. Ich empfehle Ibu Vivimet für Ihre Haus- oder Reiseapotheke. Ibu Vivimet wirkt schnell und langanhaltend gegen leichte bis mittelstarke Schmerzen. Besonders gegen Kopf, Zahn, Regelschmerzen und Fieber. Und ist im Allgemeinen gut verträglich. Die kleine Tablette mit der guten Wirkung. Ibu Vivimet von Dr. Mann Farmer. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Haben Sie schon Chibus beste Bohne probiert? Beste Bohne? Ja, beste Bohne. Sanft veredelt für besten Geschmack bei bester Bekömmlichkeit. Gönnen Sie sich dieses Vergnügen doch mal ganz spontan. Jetzt nur sieben Mark für ein Pfund beste Bohne. Chibo. Frische Bohnen. Und eins, zwei, drei. Paroli, Paroli, dem Hals wie Kräuter und dir den Geschmack. Paroli, kraftvoll gefüllt mit Kräutergeist. Paroli, Paroli, dem Hals wie Kräuter und dir den Geschmack. Sind Sie sicher, dass Sie den ergiebigsten Weichspüler verwenden? Manche Weichspülkonzentrate sind zwar billiger, aber leisten sie auch so viel wie Lenur. Bei diesem war hier Schluss. Eine Menge Wäsche. Aber jetzt schätzen Sie mal, wie viel das Lenurkonzentrat zusätzlich schafft. Los Kinder! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bis zu zehn Waschladungen mehr. Das Lenurkonzentrat bis zu zehn Waschladungen mehr. Irland, für Essex und seine Armee ein Albtraum an Leiden, Krankheit und Tod. Augenscheinlich verlassen von ihrer Königin, ziehen die englischen Truppen hoffnungslos weiter. Verfolgen den schwer zu fassenden Feind.